Neuer Tag, neues Glück, das ist die Warframe Daily Sorti mit zwei Vollspasten. Hi. Hi. Hallo. Mark Toastfurt. Hallo, ich bin's. Eins nicer Guy. Eins nicer Guy, genau. Der Typ weiß Bescheid. Der weiß von nicht Bescheid. Wir hatten da dieses Hard Shifter Ding. Das bin ich nicht. Das bin ich. Also klar. Das hast du noch zugeben. Bist du mir nicht stolz drauf? Das muss man stehen. Aber wer denn jetzt die Tür zugemacht von euch? Trämmt euch. Nein, das war eine mutige Tür. Ich weiß. Jetzt ist die Tür. Schau mal die Tür auf. Trämmt euch. Ich hab mal deinen Kopf dagegen, dann geht die auch. Okay. Ah, das ist offen. Hat funktioniert. Wurde mal gesagt, mit dem Kopf heraus funktioniert nicht, aber war wohl gelogen. Ich bin jetzt... Ey, ich wollte mich verarschen. Keiner braucht Aufzüge. Ey. Hast du diese... Korpusschiffe. Was ist denn das letzte Mal? Ist der Neid ist größer als meiner? Nein, ich habe aber eine Fluganimation von Tanya als Idle Animation drin. Hm. Deswegen, wenn ich eine Waffe in der Hand halte, liege ich gleich über den Boden. Ich würde natürlich auch sagen, meiner ist einfach mal maskuliner gebaut. Gar nicht als Ander. Ich mach mich echt was mit den Zortys hier sehen. Ja, ich warte. Ja, ich warte. Und Energie. Ah. Musst du leveln. Preisdreck, was soll ich da leveln? Ja, guck mal hier, warte. Schön. Du musst dir zeigen. Boah, alles max ausgebaut, Junge. Hat doch lange genug gedauert. Ich dachte, jetzt würde ich aktiv Fokus farmen gehen. Mach ich auch nicht. Ich auch nicht. Ich weiß noch, wie man es farmen kann. Weiß ich wohl auch, aber... Ja, so einmal Elite-Onsold am Tag. Was? Einmal Elite-Onsold am Tag und das Cap ist voll. Wir sind mit dem Zortys. Wie läuft sie wenden uns? Hm. Vanne leid ich... Fokus zum Farmen. Passt. naturally. aber juckt mich auch nicht wirklich solange mein opa weiter energie gibt denn euch jetzt allen davon das renn euch jetzt allen davon wenn der wendem hat auch den geilsten namen quality der mädchen ich liebe es aber papa es wird eine schnelle sortien das hätte ich auch gerne gar nicht so verkehrt mit dem letzten update jetzt ich möchte das schon beim glee ich wusste wohl dass er nicht so viel alt ist aber das ist dann mit dem letzten update verändert worden multi pläner zwei jahren ja das ist echt schade manche spiele das nicht ja gut wenn du wendet wenn es aber nur am anfang gespielt hast du hast das ist natürlich wohl die player und noch so andere sachen also es gab jetzt auch generell sagen es gibt zwar jetzt ist eine first und third person an sich und du kannst keinen charakter anpassen und es gibt im mode also keine sorge ist es gibt noch noch keine ford und es gibt noch mal tänze in in no man's sky ist doch da wer ist denn der boss der ist der heute schon ach der ist easy going nein wartet zu spät er steht nicht lange um die 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 dem Beinmal den gleichen Raum hintereinander. So, fertig. War ein schöner Bosskampf. Die wenigsten Bosse haben eine Schnitte gegen Mesa. Eigentlich so gut wie der Boss von Mesa affected. Irgendwann wieder rework, dann dauert der Kampf gegen den dann auch 15 Minuten Minimum und so. Weißt du? Weil der muss dann auch so sagen verteidigen, so drei Minuten lang und so. Das wäre nervig. Es gibt... Nein. Endo. Yes. Ey. Ehe wann gibt es neue Umbrauchs und dann, dass du damals Endo bekommen hast. Shit ey. Ich habe nur Scheiße gekriegt, Alter. Weiß gar nichts. So viele Leute haben was gegen Endo. Redded Booster. Ja, aber wenn man immer nur solchen Low-Scheiß kriegt, dann... Ich meine Endo ist ja noch okay, also... Wenn du dann die Eier-Tanzkultur kriegst, Alter. Ich wäre auch dämlich froh. Und überleben, Axi. Bei Überleben, Axi. Da bin ich dabei. Nein. Ich kann mich wieder einladen. Fallen oder Korpus? Most los. Tschüss.